Hallo, ich heiße Marek Woliszewski, das ist mein Kollege Malte Tückmann und wir haben heute zum Beispiel Shiitake-Pilze mitgebracht und wollten euch ein bisschen erzählen über Kreisreifel in der Pilzproduktion. Ist das richtig, Malte? Ja, genau. Wir sind beim Sein-Projekt mit dabei und das geht um städtische Agrikultur. Wir möchten mit den Pilzen Abfälle aus der Stadt verarbeiten, zum Beispiel Kaffeesatz. Wir testen da verschiedene Substrate. Man kann Pilze halt auch bei sich zu Hause anbauen mit dem richtigen Substrat, auf Holzspäne oder auf Kaffeesatz. Und ja, uns geht es da um die Verwertung und dann frische Lebensmittel direkt in der Stadt herzustellen. Das ist wichtig. Pilze kann man nicht sehr gut lagern und sie müssen frisch sein, wenn sie gut sind. Und Kaffeesatz ist ein Abfall, den man sonst in die Müllverbrennungsanlage fährt. Und Sägespäne, da gibt es natürlich Konkurrenz bei dem Heizofen. Aber prinzipiell ist das eine wunderbare Sache, denn nach dem durchwachsenen Substrat kann man immer noch daraus Kompost betreiben. Genau. Und es gibt da verschiedene Substrate, die wir auch noch ausprobieren möchten, zum Beispiel Papier und andere Sachen, Tee oder ähnliches. Und ja, da forschen wir gerade so ein bisschen dran. Hier gibt es so ein kleines Diagramm. Und zwar haben wir das Substrat, die Holzspäne. Das Ganze wird mit Sägemehl, Holzspäne gemischt, auch in so eine Tüte gepackt. Und da kommt der Pilz mit dem Mycel rein. Das Ganze muss steril sein. Dann kommen da so kleine Pinsets raus und da wachsen dann die Pilze später raus. Genau. Das waren die Austernpilze auf dem kleinen Foto. Hier haben wir die Mondseiflinge. So sehen sie aus, bevor sie ganz groß werden. Man kann sehen, das ist schon eine kleine Miniatur von den Pilzen. Genau. Und das ist jetzt auf Kaffeesatz. Und da sind wir auch auf Kaffeesatz. Die sind schon eigentlich durch. Das heißt, der Hut holmt sich nach oben. Die hätten wir schon wahrscheinlich gestern ernten sollen, aber wir wollen sie heute unbedingt mitbringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF, 2020